und blaze powder ja super blaze powder ja ok dann kommt jetzt mein nächstes nether abenteuer diesmal bin ich auch etwas besser ausgerüstet als vorher was schonmal schön ist oder bin ich besser oder schlechter ausgerüstet ich weiß es gar nicht auf jeden fall bin ich ausgerüstet äh da sind die upgrades so das zeug brauche ich auch im moment nicht äh brauche ich noch nicht quicksilver das kann ich eigentlich alles verlieren na gib mir ein paar rohgebackene kartoffeln brauche ich sonst noch irgendwas für den nether äh ein wassereimer wäre nicht schlecht eimer 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 eigentlich kann ich alle einmal mitnehmen kann ich auch noch was lava holen gehen für so manche sachen so achja easy schwert kann ja gar nicht blocken da habe ich jetzt nicht dran gedacht nein nein oh mein gott ist jetzt das ding ausgegangen ja es ist ausgegangen ich komm nicht mehr hier raus ich komm nicht mehr hier raus super geil oh nein ja an dieser stelle wäre jetzt das let's play zu ende obwohl ja denn ich habe kein ein flint ein stil und das brauche ich das was ich vergessen habe scheiße boah ich werde wahrscheinlich soo scheiße sein aber hey was haben wir denn hier alles wir haben da da haben wir eine spinne da haben wir einen geist ja ist jetzt super genial in den nether kein natürlich aua hallo ist sehr sinnig ich in den nether überhaupt oh die sind böse auf mich überhaupt kein bogen mitzunehmen hmm kommt mir irgendwas hinterher nein kann ich ja ein bisschen gucken was hier so ist cobalt cobalt quats boah das hört sich so an wie diese teile die da unten unter mir waren und explodiert sind so so wo war mein haus da gut dann laufe ich in die richtung weiter hm boah ich mach mir gleich in die hosen da ist ne wiss superschön uups salle zombe pikmen zombe pikmen oh oh was ist denn imp sind die böse auf mich scheinbar nicht was lassen die fallen äh nichts gut die sagen sogar imp cool okay okay so ein kleiner zombie der ist böse auf mich wahrscheinlich weil ich gerade irgendwas gemacht habe was nicht gut war das ist noch ein bisschen quats das ist noch ein bisschen quats okay das spiel beginnt zu ruckeln ich habe noch 20 ich habe noch 20 pack an energie drei von denen das ist nicht das ist ein bisschen treib sand das ist ein bisschen treib sand Nein! Das war eine schlechte Idee, gerade dann zu essen. Wow! Wenn die hochkommen. Ähm. Was war das? Aber keine Ahnung. Baby-Zumbie-Pigman. Haben wir hier irgendwas Spannendes noch? Hier oben ist jede Menge von dem Nesserquats. Schön. Schön. Noch besseres. Puh. Oh mein Gott. Wenn man den Nesserquats ab... dann explodiert das immer wieder. Okay. Ja, ich würde sagen... hier vorne habe ich eine Festung gefunden. Das ist ja super. Jetzt stelle ich mich mal hier hin. Mach einen... nein. F4. Ein Waypoint. Festung. Dann. Dann. Back to game. Und ähm... ja. Fliege ich jetzt nach Hause. Und suche auf... dem Rückweg noch nach... Slimes. Vielleicht finde ich ja welche. Dann werde andererseits einfach nur... wow. Gejagt. Von bösen anderen Sachen. Das sind jede Menge Pac-Mans. Boah. Ich wusste noch... ich weiß noch, wie wir bei Light... früher als ich das mit meinem Bruder gespielt habe... und ich das gehostet habe... immer massive Lags hatten. Das ist hier zum Glück nicht so. Aber hier ist es saugefährlich dafür. Und wir hatten damals schon Probleme. Einfach nur zu überleben. Naja, damals haben wir auch auf normal gespielt. Frutile... Sulfa... Redstone. Redstone brauche ich eigentlich als einziges nicht mehr. Davon habe ich so viel. Aber ich glaube, davon kann ich gut was gebrauchen. Denn das ist ja sozusagen diese Universalwährung. Oh. Ist natürlich schlecht. Im Nether... drehen sich nämlich die ganzen... Fekte um. von diesen Steinchen. Ah, seht ihr mich? Nein. Gut. So. Mal gucken, ob ich noch nach Hause komme. Durch diesen...